Ich begrüsse euch im Namen des Ladebistro Bio. Wir haben heute einen speziellen Tag. Wir haben das sechsjährige Jubiläum des Ladebistro und haben seit kurzem die Zusammenarbeit mit dem EHCB. Weil der EHCB uns ein wenig unter die Arme greifen, unterstützen und bekannt machen, haben wir zwei Spieler dabei, die helfen servieren und einen Nachmittag mit Kuchen und Kaffee Bedienung übernehmen. Wir mussten die Spieler ein bisschen einführen. Wir haben ihnen die Küche gezeigt. Wir haben unsere Menschen mit Behinderung eigentlich angelegt, dass sie die Spieler betreuen würden. Das sind Profis, sie sind Leute, die arbeiten hier schon fünf, sechs Jahre und machen das sehr gut. Und sie haben sich sehr gefreut. Die zwei jungen Eishockey-Spieler, die sie selber ja auch Fan sind, können in ihrem Bereich anleiten. Es ist für mich eine grosse Freude, hier auszuhelfen. Sie hat auch viele Gesichter, die man sonst auf der Eisbahn sieht. Bei den Trainings können wir schauen, die immer im Match sind und es ist uns eine riesige Freude. Es ist eine sehr lustige Zeit und so können wir heute mal etwas zurückgeben für all das, was die Leute von hier haben für uns gemacht. Die Leute haben Freude, wir haben Freude, dass wir ihnen helfen können, etwas anderes machen, etwas zurückgeben vom Bio oder vom Eishockey. Und ich glaube, das ist ein Vorteil für alle, auf beide Seiten. Es hat uns gefreut, dass ihr da auch im Ladebistro seid, reinschauen. Und wir haben einen ganz lustigen Nachmittag mit unserem neuen Servicepersonal. Und ja, vielleicht könnt ihr gerne ein anderes Mal wieder reinschauen, weil wir uns freuen. Hope you, Hope you, Hope you!